Herzlich Willkommen zurück hier beim dritten Stück und den dritten Akt 3 zu 3 quasi könnte man sagen. Der Hof König Neptuns. Auf geht's würde ich sagen. Jetzt sehen wir auch Arielle. Oh, die nächste ging. Oh, das ist mal beeindruckend. Sterbliche. Wo ist das Schrecken der Schiff versenkt hat? In der versunkenen Stadt. Und der Kapitän und die Mannschaft? Er hat einen neuen Wirt gesählt. Er ist eine Abscheulichkeit. Wieso sind wir nicht ertrunken? Ihr seid in meinem Reich. Ich werde den Dämon finden. Er muss aufgehalten werden. Ihr seid zu klein. Zu schwach. Ich stehe jetzt zu meinem Wort. Beweise dich. Und lebe. Mehr Jungfrauen. Ich muss schon sagen, das war eine Enttäuschung. Wenn ich werde, würde ich für mich bleiben. Alter, wir müssen gegeneinander, ne? Wie? Wir müssen gegeneinander. Guck doch mal. Guck mal rein. Wir müssen zusammen. Das links sind die Meerjungfrauen und das rechts sind wir. Wir führen 2-0. Achso. Das ist Riesenkrebs oder was? Das ist Riesenkrebs. 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 Das geht auch. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal sehen wir in der nächsten Folge. So sieht es aus. Schaltet wieder ein. Bis denn. Ciao. Ciao.